heißt wir sind umgeregt 1 2 3 nein 1 2 3 oh mein gott die länder ist mit drei er ja sind die nicht drei raus gegangen nein schau mal da sind doch so sters gepläst gemacht haben dann einfach hier das hier dran gepläst okay ich will wieder shakespear in english so als ob das loch so schräg steht genau wollen wir es dritteln das können wir auch machen da machen wir 1 2 1 2 3 4 5 das ist kürzt kannst du die bäume da eingebaut waren unsere stadt das sieht auch okay aus welche bäume da da vorne oder sind die schon immer da gewesen ach nee die haben mich und äh treffen gemacht ja das war die frage die hier vorne auch die hier das ist das hier gemacht einfach zu 1 raus geplägt das kann ich da runter springen oder dass ich sterbe das ist das hier ist aber schon mal bei den ecken da das sind so wie drei weiß was ich meine da ist das nur am ecken ja das muss man schauen wie man das macht aber jetzt macht halt die physiken keinen sinn mehr der hat das ist hier so ein block und er hängt einfach in der luft oder ist eingeklemmt das kommt nach erkennt später kann er dass das sind aha umgedreht werden weißt du was ich meine ja 50 woche die das können okay das ist ein problem okay ich will ich will hier oben was aus stein machen aber irgendwie sieht das kacke aus was was soll ich das machen was hast du für möglichkeiten ähm cobblestone stone bricks clean stone pine soll ich das jetzt überall verändern i don't know ryan ich hab eigentlich keine ahnung alter ich hab mal auf ding englisch gestellt auf foreign englisch äh foreign kingdom ähm die fackel ist einfach feck 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 äh lass mal peng gehen ne doch please i don't want mobs i want mobs you gone down was passiert eigentlich was macht der schneemann eigentlich schnee schlafen äh thou cannot to bet vouchsafe for creatures drawn near haha ich kann nicht schlafen gehen jetzt war ein bisschen nöck dann mov dein bett woanders hin dann schlau den bett woanders hin ich will nicht ryan mach jetzt das wird noch ein bisschen gehen mach jetzt oder ich slauter gleich dein blatt auf dein armen Ich bin ja schuldig, du. Was? Es ist ein Blatt in seinem eigenen Haus, Alter. Na, schau, shut up. You're a queer. You're a bloody queer Atelier. You're going there. Ich baue das jetzt wie dort so um, ne, Nils? Lapis Lazuli heißt einfach Bluestone. What? Ja, why not? Aber ich stelle auch auf, Shakespearean ist das Beste. Ja. Aber in-game ist ja nicht so viel verändert. Ne, es sind immer nur so Details. Iron Sabathons. Pinelock zum Beispiel. Ich finde Pinelock besser als Burstwood. Iron Kask. Kask. Kask, Alter. Kask. 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 was du da? was du da? oi a fokin winka oi a fokin winka oi a fokin blum das ist chaos niels das ist alles chaos maybe its your fokin fault fok up im just trying my best alright im not good at building nor am i why is a building called a building if its already built cause your ass is fucked no its not im pretty sure its not ihr findet mein zwing geil dein oi Thomas komm mal hoch ein moment das ist der ey wir haben das jetzt falsch gebaut niels warum wir haben doch gesagt wir wait 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 wir gehen eins raus das ist hier umgebaut leck ich hab hier nur eins gemacht leck ich brauch essen so schau mal wir sind ich find das sieht awesome aus so und nicht so zwei auf einer seite i don't know weil ich geh mal unten ja ich weil ich geh auch runter und schau von der weite weil ich glaub das sieht fucking geil aus es sieht es sieht aus ok actually es sieht es ist halt schon wie das zwei zwei ich find jetzt no joke no front aber ich find diese stein ding ist zu groß die ist steinfront da die ist die ist huge wobei ich weiß wenn wir höher aufstocken mit dem schnee dann ist es besser du müsstest einfach hochziehen es sieht aus wie dein mund hier schau mal da du hast ja zwei logs gemacht lass das in einem machen also ich meine ja ich weiß die physik macht dann wenig sinn aber meinst du diese zwei logs die so raus stehen genau nein ja die mach ich eh noch weg die machen ja nicht mal sinn das ist nur weil ich von oben gebaut habe und dann kannst du die nicht placen hier ich äh schau mal wie ich es hier gemacht habe so ja ja so will ich es eigentlich auch machen ah ok perfekt ja dann dann ich hab die gleiche langweil i have died ist im hartkörper schlecht ja geil jetzt muss ich nochmal runter ich auch ich brauch dirt zum bauen ich auch und ich geh gleich Bamboo holen damit wir solche scaffoldings machen können du musst in den jungle gehen ich geh in den jungle ich geh auch bis ins ende der welt für die dreckkacke oh so man sie liebt die dreckkacke hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Es geht nicht. Es ist ein Kast. Ich bin nicht französisch. Was? Ich bin nicht französisch. Ich bin nicht französisch. Ich bin nicht französisch. Nein, ich bin nicht französisch. Ich weiß, dass sie jetzt auch wieder verändern. Mhm. Das heißt so, so und dann von oben nach unten. So. Es wärs vielleicht besser, wenn man... Vielleicht, dass wir im Schneebium sind, ist das schon echt alles sehr hell. Das brennt richtig in den Augen, oder? Ja, weil ich einen Shader anhabe. Oh, shit, man. Wie cool, dass unsere Stadt ein bisschen lebt, you know? Wenn gleich die Leute rumgurken. Was, wenn... ...einer von uns nach fünf Jahren von dem Projekt stirbt. Wie der eine Typ, man sagt. Danke für dich mein Real-Life-Leben auch. Ja. 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 Ja.